Ahoi und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video von mir. Heute geht es um das heiß ersehnte Grafik-Update, was am 21.11. erscheinen soll und ganz viele Neuerungen inbehalten soll. Ich werde euch den Trailer jetzt einfach mal abspielen und wir schauen mal, was da so alles passiert und was da so zu sehen ist. Beginnen tut der Trailer mit einem Vorher-Nachher der Brücke nach Epona. Anschließend kommen wir zu den Morlin-Stellen, die mit den neuen Bäumen und den Bodentexturen richtig echt aussehen. Auch die Apfelbaumfelder und die pikanten Berge erhalten ein Update, was sehr stark an Dandar erinnert. Und auch Silverglade, das Herzstück von Jorvik, bekommt ein Update in Form von neuen Zäunen, Büschen, Bäumen, Bodentexturen und und und. Zum Schluss wird uns nochmal das Datum der 21.11. eingeblendet, an dem das Update erscheinen soll. Auch die offizielle Star-Stable-Seite hat uns schon einige Informationen gegeben, zum Beispiel ein Einblick bei Nacht und vom Strand Richtung Furgrove. Ich hoffe, ich konnte euch alles gut zusammenfassen und wir sehen uns beim nächsten Mal.